Jo, hier ist CR7Z, zu Gast bei Rapspot mit Lina und wir führen jetzt ein Interview. Viel Spaß damit. CR7Z in Berlin. Man sieht die Berliner Skyline leider nicht so richtig im Hintergrund, aber wir sind hier natürlich im Dachloft, im Studio, fast von 5,8 Musik, aber kommt das bald. Du wirst hier zum Interview-Marathon, Promo-Termine zum neuen Album, hast ja auch schon einiges hinter dir in Hamburg, jetzt Berlin. Wie ist das für dich jetzt so, auch der erste richtig krasse Interview-Marathon vor so einem Release? Ich bin ohne Ende aufgeregt, weil ich es nicht so gewöhnt bin, in der Öffentlichkeit zu stehen und kriegen ja auch dann viele Leute mit und sehen mich so, was ich so quatsche, wie ich so bin. Ja, und das ist halt immer so eine Sache, mich interessiert immer so ein bisschen, wie wirke ich und so und deswegen bin ich etwas aufgeregt, aber die Resonanz ist bisher ganz gut von allen Leuten. Hat sich denn schon so eine absolute Hassfrage herauskristallisiert in den Interviews, so Fragen, die immer wieder kommen, wo man immer wieder dieselbe Antwort gibt. Was macht die Sieben in deinem Namen? Warum heißt das Album so und so? Ja, aber die Sieben, die Fragen über die Sieben stressen mich eigentlich schon immer. Also das ist nicht erst seit gestern so. Aber Hassfragen gibt es eigentlich jetzt bisher noch nicht. Vielleicht dieses Ganze mit Drogen hin und her, weil Weißer Sand halt erst die erste Videoauskopplung dieses Thema behandelt. Aber ich finde, man sollte mich jetzt nicht gleich so auf das Release festnageln. Das Spektrum ist viel größer. Tut mir natürlich leid, dass wir jetzt aufgrund der Tatsache, dass ich dich ja erst vor einem halben Jahr im Interview hatte, größtenteils über das Release reden müssen. Weil ich habe dich ja eigentlich schon alles gefragt, so über die Sieben zum Beispiel. Ja, kommen wir doch gleich mal zu Anima. Du hast jetzt damit dein erstes physisches Release in den Händen gehalten. Was war das denn so für ein Gefühl, die CD dann auch endlich zu haben, anfassen zu können? Da ist mein Gesicht drauf, voll verrückt. Ja, das ist zunächst mal Freude und Erleichterung auch, dass es geklappt hat, weil es gab einiges Hickhack. So ist es wahrscheinlich bei vielen Leuten so, die das erste Mal ein Album machen, weil man ja nicht mit der ganzen Materie vertraut ist. Dann kam dann auch so die Phase in den letzten zwei, drei Wochen ungefähr, wo ich dann wirklich auch dem Release entgegen gefiebert habe. Oder dass es halt endlich durch ist, dass es beim Presswerk ist und so weiter. Ja, das war dann schon auch so ein bisschen stressig. Und als das dann fertig war, habe ich mich dann gefreut, so kann man sagen, dass es endlich geklappt hat. Und ja, ansonsten Musik mache ich ja schon immer. Aber das mal in der Hand zu halten, ist natürlich auch was Schönes. Und für die ganzen Fans und Hörer von mir ist es natürlich auch cool, sich das mal irgendwie hinzustellen in die Wohnung und mich natürlich auch zu supporten. Du hast in unserem letzten Interview gesagt, dass es eben ein ziemlich langer Prozess war auch schon und dass du aber viel auch verändert hast mit der Zeit. Also gerade was die Beat-Auswahl anbelangt, dass du dann eben einfach nochmal einen anderen Beat runtergepackt hast unter den Text. Und ja, nun ist es ja final, nun ist es fast draußen im Prinzip. Gibt es denn jetzt schon Tracks, wo du sagst, jetzt hätte ich doch lieber noch einen anderen Beat gehabt oder das und das anders gemacht? Kam das schon vor? Ja, sicher. Also ich bin nie hundertprozentig zufrieden. Das ist auch der Grund, warum ich immer weitermache. So bei Perfektionismus, das ist bei mir groß geschrieben, aber was Perfektes gibt es ja nicht so. Also es gibt es einfach nicht. Aber so im Großen und Ganzen ist das Album sehr rund geworden. Also von daher bin ich zufrieden. Aber klar, ich bin ja 24 Stunden am Tag nur auf Mucke eigentlich, kann man sagen, so eingestellt. Und ich habe schon wieder viele, viele, viele neue, andere Ideen, was ich machen könnte, was ich noch vorhaben, was ich noch sagen möchte, etc. Sodass ich mir denke, hätte ich vielleicht auch noch mit aufs Album draufnehmen können. Aber irgendwo muss man auch mal einen Schlussstrich ziehen, das zu einer runden Sache machen. Der letzte Track heißt doch Perfekter Kreis. Geht aber auch darum, dass der Kreis niemals perfekt wird, wenn man da mal zuhört. Von daher ist das einfach mal ein Schlussstrich und es folgt natürlich noch eine Menge von mir. Also wie immer. Dazu kommen wir später. Jetzt nochmal zum Album selbst. Gibt es denn so einen Song, wo du sagst, okay, wenn die Leute was von dir hören wollen, wissen wollen, wie das Album klingt. Das ist so der repräsentativste für dich? Dieser Song repräsentiert das Album am besten? Muss ich überlegen. Also ob jetzt da so eine repräsentativ dafür steht? Eigentlich nicht. Also alle 15 Tracks da drauf stehen für sich. Greifen ineinander. Teilweise. Und von daher ist eigentlich das ganze Album so das repräsentative, kann man sagen. Also jetzt irgendwie einen speziellen Track, der das das Album umreißt, gibt es eigentlich nicht. Ein Track, der ziemlich ein großes Spektrum umreißt, ist halt perfekter Kreis, weil ich da so in jede Richtung schieße. Verbal meine ich. Also auch nicht im Sinne von ich schieße da drauf, sondern im Sinne von ich schneide das an. Ja, aber der steht auch nicht repräsentativ dafür, weil der auch wieder eine ganz andere Schiene fährt, als jetzt zum Beispiel einen Drei-Schwerter oder sowas. Also das Album steht für sich als ein Track aus 15 Tracks. Ein Track aus 15 Tracks, ich glaube, das wird das Motto des Interviews. Ja, das Cover ist ja auch, wie typisch für 5-8-Künstler, echt kreativ, echt aussagekräftig auch schon. Wer hat das gemacht und was sagt das genau für dich aus? Das Cover ist von We Need Colors, die auch schon für namenhaftere Künstler, die Designs gemacht haben. Ja, und was das Cover über mich aussagt, ist im Endeffekt, es steht eigentlich nicht mal so direkt nur für mich, sondern eigentlich für jeden Menschen. Also die Licht- und Schattenseiten sieht man ja anhand von Sonne und Mond. Dann diese Dreihändigkeit halt so mit dem Kopf, dass das alles vom Denken her und so weiter ausgeht. Und da kann man viel reininterpretieren. Das Album ist extra, das Album-Cover, beziehungsweise das ganze Artwork ist sehr komplex gestaltet. Jetzt nicht nur die Front, also das Cover, sondern auch drinnen erwarten noch einige Überraschungen, sozusagen visuelle Überraschungen. Ja, es ist dope, auf jeden Fall. Also an der Stelle auch nochmal vielen Dank an We Need Colors. Immun, du weißt. Ja, und ich finde, die Leute sollen das einfach mal auf sich wirken lassen. Es ist schon sehr symbolträchtig so. Ja, ich wüsste jetzt nicht genau, für was genau das jetzt stehen soll. Es steht für vieles. Man muss es einfach mal auf sich wirken lassen. Es ist so komplex gemacht einfach. Ich kann es nicht beschreiben, so komplex es ist. Wenn dem Künstler die Worte fehlen. Naja, Worte, davon hast du auf deinem Album eine ganze Menge. Natürlich. Ein Motiv ist bei mir irgendwie besonders hängen geblieben, weil du es sowohl in Weißer Sand, als auch in dem Folgetrack Neue Welt anwendest. Und zwar, dass es die Teile lachen geht, die Welt zugrunde. Die doch irgendwie auch ganz schön was in mir ausgelöst hat. Und da würde ich gerne wissen, was genau du damit meinst. Ja, konsumieren, die Leute konsumieren und konsumieren und konsumieren. Und ja, währenddessen wird halt alles ausgebeutet. Der ganze Planet geht einen Bach runter, wie man ja auch sehen kann. Jetzt nicht nur anhand von Medien, sondern einfach, wenn man so ein bisschen um die Ecke denken kann, was für Folgen die Dinge haben, die wir tun in unserem alltäglichen Leben. Lieber vor der Glotze hängen, statt jemandem zu helfen. So was zum Beispiel, das ist eigentlich uferlos und ein ziemlich trauriges Thema. Von daher auch dieser Zwiespalt, so mit diesem Lachen geht die Welt zugrunde. Sollte man nicht als positive Laien auffassen, sondern eher negativ. Also das ist mit so einer gewissen Ironie gesagt. Ja und ich sehe halt einfach überglückliche Leute durch ihr Leben spazieren, die aber ziemlich viel Leid mit sich mitziehen. Dadurch, dass sie halt einfach in ihrem kleinen Mikrokosmos leben. Ja und viel Augenmerk auf Dinge um sie rum nicht legen. Und deswegen wieder Leid oder zumindest seelische Schmerzen hervorrufen. Ich kenne das auch aus dem Privatbereich, aber das brauche ich jetzt ja hier im Interview nicht ausführen. Ja, deswegen lachen geht die Welt zugrunde. Die Leute sind besonders die Jugend am Feiern. Und ja, aber in Wirklichkeit ist die Lage ernst. Und es gibt eigentlich, wenn man es drastisch runter bricht, nicht unbedingt Grund zu feiern. Inwiefern ist die Lage ernst? Also welche Punkte genau würdest du ändern wollen? Du sagst auch in Weitsicht zum Beispiel, dass sich die Welt in eine völlig falsche Richtung entwickelt. Aber entwickeln heißt ja auch, dass es nicht immer so war. Also dass es ja mal besser gewesen sein muss. Und was genau entwickelt sich gerade in deinen Augen komplett falsch? Wo würdest du jetzt am liebsten sagen, ey Leute stopp mal, es muss jetzt irgendwie mal was passieren. Ja, die ganze Technik zum Beispiel ist eins, also das Thema ist auch sehr komplex so. Aber Technik ist halt ein großes Thema, wie jetzt das mit dem Internet oder irgendwelche Sachen. Es funktioniert ja alles nur noch elektronisch. Also wenn mal der Strom abgestellt wird, dann ist Schicht im Schacht für viele Leute so. Dann sehen sie mal wirklich in ihre wahre Natur, wer sie eigentlich sind. Und wie weit sie kommen im Leben. Ja, das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Oder einfach halt diese ganze Abspaltung von den Emotionen. Ich lese zum Beispiel gerne Bücher. Und jetzt wurde ich letztens erst gefragt von meinen Eltern irgendwie, weil Weihnachten war. So, gibt es irgendwas, was wir dir schenken könnten, worüber du dich freuen würdest. Weil wir wissen, du liest gerne so. Möchtest du dann vielleicht mal so ein, ich weiß nicht was das ist, so ein Pad oder sowas. E-Reader. E-Reader, genau. Du weißt, wie es heißt. Und ich weiß es nicht mehr so. Ja, und da habe ich gesagt, nee, nee, also wenn, dann ein Buch. Weil das einfach diesen Wert für mich noch hat, das in der Hand zu halten. Und einfach, man fühlt sich damit verbunden. Das ist so mein Buch, so ein Unikat. Genau, und wenn du da so ein E-Reader hast, so das ist halt einfach und blätterst da durch. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch augenschonend oder was es nicht alles gibt. Aber für mich ist das nichts. Also ich habe lieber dann, nachdem ich es ein paar Mal durchgelesen habe, so ein abgenutztes Buch. Und verbinde damit gewisse Momente, als wenn ich da irgendwie über so eine digitalisierte Anzeige drüber streiche. Das ist für mich zu kühl. Und so ist es halt auch mit vielen Dingen. Dass einfach die Menschen extrem abgekoppelt werden von der emotionalen Bindung zu Dingen. Alles wird immer schneller. Und besser, aber besser in Anführungsstrichen. Ich habe ja Verlagswirtschaft studiert und entsprechend relativ viel mit diesem ganzen Thema E-Books und so zu tun gehabt. Und das Witzige ist, dass ganz, ganz viele Leute sagen. Also auch ganz, ganz viele Leute, die online sind, die eben schnelllebig sind, die sich eigentlich keine Platte machen. Und die so, ach Bücher, Bücher will ich aber zum Anfassen haben. Bücher will ich, also selbst wenn es nur Taschenbücher sind, das muss einfach physisch sein. Und das wundert mich immer so ein bisschen, wenn man einerseits immer online sein will und immer Party machen will und immer schnelllebig, aber dann bei manchen Dingen so mega traditionsbewusst ist. Also das scheint beinahe, als wären die Menschen da ganz schön widersprüchlich sich selbst gegenüber. Aber dieses ganze Thema neue Welt und so, neue Internetwelt, der hast du ja auch einen Song gewidmet, der genauso heißt, neue Welt. Der die Sache aus einer ziemlich spannenden Perspektive aufrollt, nämlich aus der wirklich menschlich füreinander da zu sein, dann aber doch lieber einen Link geschickt zu bekommen und sich ablenken zu lassen von dieser neuen Welt. Und du sagst auch, dass du die alte Welt vermisst damit irgendwo. Was ich jetzt spannend finde, du bist ein Künstler, der eigentlich mehr oder weniger seine gesamte Karriere irgendwo dem Internet zu verdanken hat. Also deine Releases bisher waren alle online. Das ist jetzt dein erstes physisches Release. Inwiefern kannst du dir da wirklich eine alte Welt zurückwünschen, wenn du eigentlich dem Internet doch relativ viel zu verdanken hast? Also ich bin prinzipiell immer noch kein Freund davon, dass irgendwelche Sachen, irgendwelche Geschichten übers Internet geklärt werden. Ist halt cool wegen der Distanz, die zwischen mir und den Jungs ist. Und auch auf den Punkt bezogen jetzt, ich habe es auch nie darauf angelegt, irgendwie bekannt zu werden. Von daher, ob ich jetzt irgendwelche Leute in der nächsten Stadt oder im nächsten Dorf oder was weiß ich wo getroffen hätte und dann mit denen connecte und Mucke mache und was aufbaue. Oder ob das jetzt übers Internet kommt, spielt für mich da keine große Rolle, weil doch immer das Auge in Auge wichtig ist. Deswegen ziehe ich ja auch nach Lüdenscheid. Da sieht man es ja zum Beispiel wieder. Ich habe ja die Intention, dort hinzuziehen, wo sie mich übers Internet gefunden haben. Ja und ich kann ja auch nicht alles schlechtreden, was jetzt dieses ganze neue Technikzeitalter hat. Es gibt ja auch viele Vorteile. Meiner Meinung nach wiegen aber die Nachteile zu schwer. Also es wird alles immer unpersönlicher, obwohl es in Anführungsstrichen ja immer persönlicher wird. Jeder weiß alles von jedem, aber in Wirklichkeit weiß niemand irgendwas von jemandem. Weil man sich einfach nicht mehr, also diese Nähe fehlt einfach so. Es geht alles einfach so schnell, per Knopfdruck. Gott weiß woher es kommt oder was das soll. Aber ja, ich bin da noch kein Freund davon. Aber ich nutze auch die Medien. Ich bin auch fast jeden Tag auf Facebook, weil ich mich da nicht ausnehme. Also ich bin genauso leicht ablenkbar, was heißt sogar genauso leicht, ich bin extrem leicht ablenkbar. Da muss ich nicht lügen. Aber es ist halt ein Exempel, so was ich statuiere mit dem Track. Und es ist Kunst und es steht für sich und regt mit Sicherheit an manchen Stellen auch Leute zum Nachdenken an, was eigentlich so vor sich geht. Wo denkst du, wird das Ganze hinführen? Also wo siehst du diese ganze Entwicklung in fünf Jahren, in zehn Jahren? Wie werden wir Menschen dann kommunizieren? Wie werden wir unser nächstes Interview führen vielleicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich dann mich gar nicht mehr bewegen, sondern kann mich an irgendwelche Kabel anstecken. Und mich in einen dunklen Raum setzen. Und dann kriegst du mein Hologramm hier auf die E-Spec-Couch. So vielleicht. Und ja, da sieht man auch wieder, es wird halt alles unpersönlicher. Weil schneller, besser, leichter. Die Leute bleiben in ihrem Kokon. Und ja, und irgendwann ist man Antriebsstoff für die Maschine. Wenn dem so ist, dann verspreche ich dir hiermit, dass wir in fünf Jahren unser Interview irgendwo live auf einem Bauernhof oder wo auch immer führen werden. Nur für dich. Wechseln wir mal den Song. Dennis Single mit Abstrakt Montauk. Ich habe mich da mal so ein bisschen schlau gemacht, weil das Wort ja nun nicht unbedingt in jedermanns Wortschatz vorkommt. Und bin da über dieses Montauk-Projekt in Amerika gestoßen, was ja eine ziemlich interessante Verschwörungstheorie ist. Bezieht sich das darauf oder wie kam dir auf den Titel? Und was hat das letztendlich dann mit dem Track zu tun? Tatsächlich bezieht es sich nicht auf dieses Monster, wo viele Leute, das habe ich erst später gehört, sondern auf dieses Projekt, was du ansprichst. Auch hier viel Adelphia-Projekt und so in dieser Richtung bewegt sich das. Ich fand das einfach flashig. Also wir haben den Track gemacht, Abstrakt und ich war eben eh auf einer ganz speziellen Ebene, was Inhalt betrifft, wie man ja auch an anderen Tracks mitbekommt. Aber der Titel an sich ist eigentlich wirklich nur so in diese Richtung geschossen, so Verschwörungstheorie. Ja und das ist eigentlich mehr so ein Gimmick von mir. Also ich habe es auch Claudio abstrakt eben gezeigt. Und er wusste auch am Anfang gar nicht, was ich jetzt eigentlich will wahrscheinlich. Weißt du so, was das bedeuten soll. Ich hatte einfach diesen Flash, wie wir den Track nennen konnten und so. Und bin dann darauf gekommen, habe dann da mal einen Link geschickt bekommen. Siehst du, da sind wir wieder beim Thema. Und habe dann einfach gesagt, lass uns das Montauk nennen. Der sieht edel aus. Ich bin auch so ein Freund von wie was wirkt, so wie was rüberkommt. Ja, es gibt ja auch einen Track auf dem Album, der heißt Keschiki. Also finde ich auch, liest sich cool so. Aber ich verfolge jetzt damit nicht so einen Masterplan. Aber bezüglich auf den Track mit Abstrakt und so, ist das natürlich naheliegend, was aus dem Bereich zu wählen als Titel. Okay, dann nochmal zurück zu diesem ganzen Interview-Marathon, den du gerade absolvierst. Diese doch recht großen Aufmerksamkeit, die du gerade in meiner Weise auch bekommst, zu dem Album Release. Gerne. Du hast ja in Fallkurve eine Strophe, wo du dich doch sehr kritisch mit der Musikindustrie auseinandersetzt. Und nun wirst du doch ein immer größerer, bedeutender Teil eben dieser Industrie. Du bist jetzt hier in Berlin. Wenn man die Skyline sehen würde, würde man Universal sehen. Sprich ganz 5.8 und natürlich gerade besonders du, sind gerade doch ziemlich im Licht der Welt. Gory Gore is in the juice. Also auch so Dinge, die man vor ein paar Jahren wahrscheinlich nicht für möglich gehalten hätte, passieren gerade. Wie urtelst du denn die Musikindustrie jetzt, wo du immer tiefer da doch hineinschlitterst? Genauso wie ich sie immer beurteilt habe. Ich mache mir gar kein Urteil drüber. Also jeder hat seine Daseinsberechtigung. Ich muss es mir aber nicht unbedingt anhören. Also ich finde, ich gebe auch offen und ehrlich zu, ich finde es fast alles scheiße, was im deutschen Rap ist. Aber das ist halt mein persönlicher Geschmack. Ich meine, wenn Leute auf so stumpfsinnige Sachen stehen, die dann einfach geistig dafür prädestiniert sind, sich das reinziehen und damit glücklich sind, dann ist ja da prinzipiell auch nichts Verkehrtes dran. Bei mir ist halt alles ein bisschen komplexer, ausgefeilt mit Liebe zum Detail und die Balance zwischen Inhalt und Technik ist gewahrt. Das ist mir immer wichtig. Also nicht irgendwie irgendwelchen Scheiß erzählen oder irgendwas vom Tauen brechen, Hauptsache irgendwie krass gefloat. Oder eben im Umkehrschluss halt dann irgendwie sonst was wie tief gehen und tiefgründig und melancholisch. Und dann so ekelhafte Zeilen schreiben. Ich will mich da nicht drüber auskotzen, weil im Endeffekt jeder macht es aus Leidenschaft. Jeder, der irgendwie Musik macht, egal welche Musik das ist, hat irgendwie auch so eine Tendenz zu, ist jetzt übertrieben gesagt, ich sage immer, hat so ein gutes Herz. Wenn jetzt irgendjemand richtig mies drauf wäre als Person, ich glaube, da ist das Letzte, was dem einfällt, Musik zu machen. Weißt du, was ich meine? Also deswegen, ja, und ich sehe mich halt einfach als Chris und ich sehe die anderen Künstler eben auch als der, der sie sind. Ich sehe mich als Teil vom Ganzen. Einer von tausend. Also du hast jetzt nicht vor, den Rheumaki zu machen und dich von allem abzuwenden, eventuell, weil es so schlimm ist und lieber Tai Chi zu machen oder so. Du bleibst der Musik treu. Äußerst beruhigend. Okay, du hast ja gesagt, dass du so deine Anfänge musikmäßig im Battle Rap hattest und nun sind jetzt auf deinem Album nicht unbedingt Tracks, die, also, es fällt mir schwer, einen Track wirklich in die Battle Schublade zu stecken von dir. Aber es sind durchaus Parts, die repräsentativ sind, wo du schon um dich schießt, dann wirklich mal. Wie hat sich denn deine Art Battle Rap zu machen über die Jahre verändert jetzt oder wo bist du jetzt angekommen in dem Status? Also ich mache kaum mehr Battle Rap, weil mich das nicht mehr so interessiert. Ich habe es lange genug gemacht, ungefähr sieben, acht Jahre auch hier mit auf Jams und auf der Straße und was weiß ich und gewonnen auch. Aber das ist für mich, das war auch mehr so Freestyle damals. Ich war da mehr so ein bisschen Freestyle unterwegs. Ja und Battle Rap war eigentlich für mich, ich habe mit Battle Rap angefangen, weil Battle Rap für mich gut ist, um an den Skills zu feilen. Also man muss jetzt irgendwie großartig eine Message reinpacken, sondern man kann einfach, was weiß ich, Kreuzreime, Kettenreime. Ich bin Technik-Fanatiker, so muss ich ehrlich zugeben, das ist für mich ein wichtiges Kunst-Element, was Rap betrifft, weswegen auch ich so viele eben nicht so gut finde. Weil viele sagen halt so, man braucht das nicht, aber ich weiß nicht, vielleicht können sie es halt nicht so. Man weiß ja nie, scheiße, vielleicht hat es selber nicht drauf und sagt dann so, das brauche ich nicht. Das ist ein bisschen zwiespätig. Ja und wie gesagt, ich bin halt ein sehr träumerischer, kreativer, fantasievoller Mensch, so würde ich jetzt mal so von mir behaupten. Und dann kommt das eben mit den Melodien und diesem Tiefgang halt, das hat sich irgendwie so entwickelt, wo ich dann so eine gewisse Technik entwickelt habe, mit der ich zufrieden war, wo ich drauf aufbauen kann. Aber wo ich halt gesagt habe, okay, das hier ist jetzt mein Handwerk und damit kann ich jetzt auch anfangen, in die Tiefe zu gehen. Aus Battle Rap ist das quasi entstanden, könnte man sagen, um meine Technik zu schärfen, um besser zu werden. Genau und deswegen ist das jetzt größtenteils auch alles recht deep. Und du beobachtest doch heute Battle Rap, der so passiert, nicht mehr wirklich oder spielt das noch eine Rolle für dich? Ja doch, ich finde hier, ich habe es jetzt vergessen, wie es heißt, aber in Amerika gibt es doch diese Freestyle Cyphers da, oder auch mit Texten ist das so, wo Disaster und gegen was weiß ich wem battelt. Die finde ich cool, da rappen die auch mal eine halbe Stunde durch so, das ist so ein Part bei denen, eine halbe Stunde. Deswegen, das ist schon mal jenseits vom, was hier Leute in Deutschland sagen, die auf die Kacke hauen, so ist das da wieder mal Next Level, drei Jahre voraus oder zehn. Davon bin ich sehr begeistert, dieses Punchline gedroppe, jetzt im Freestyle oder Battle Rap Bereich interessiert mich gar nicht mehr. Also ich habe auch mal irgendwie nach drei Jahren Pause beim Freestyle Contest oder sowas mal wieder mitgemacht und da hat sich das komplett verändert. Weil früher ging es eben wirklich auch darum, dass du eine krasse Technik hast, dass du viel assoziieren kannst und so weiter. Und heutzutage ist halt immer nur eine Zeile und die zweite Zeile muss irgendwie was lustiges sein und irgendwie so ein meterlanger Reim. Und dann brüllen einfach alle Leute, wenn es irgendwelcher Schwachsinn ist, so weißt du so. Und ich bin nicht so der Schwachsinn-Schreiber, sondern mehr so auf Skills halt fixiert. Von daher habe ich da auch gnadenlos verloren, weil ich nicht mehr dieses Lustige hatte, was jetzt da irgendwie im Trend ist. Also Deutschland Battle Rap mäßig ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei für mich. Dann halt lieber hier, wenn mir der Name einfallen würde, fällt es nicht ein. Auf jeden Fall Desaster, sicker Kerl. Wir recherchieren das nach. Ja. Wird nachgereicht. Ja, dein Ziel war, als wir das letzte Mal gesprochen haben, zu Anima drei Videos zu releasen. Mindestens drei, beziehungsweise da meintest du so, auf jeden Fall gibt es eins, vielleicht zwei, mein Ziel wären drei. Die hast du jetzt ja schon, bevor das Album überhaupt rausgekommen ist. Das ist ziemlich cool. Planst du jetzt dann noch ein viertes und ein fünftes und vielleicht 15 oder so? Nee, also die drei Videos stehen schon mal fürs Album, aber wir sammeln trotzdem weiterhin Videomaterial und ob da noch was zum Album kommt, will ich jetzt nicht sagen oder kann ich nicht sagen. Es kommt aber auf jeden Fall noch mal was in der nächsten Zeit, also was in dieser Phase halt noch mit einspielt, was damit zu tun hat. Wird man dann sehen. Für mich als Stammkundin diverser Berliner Plattenläden stellt sich natürlich auch so die Frage, das Abstraktalbum, das letzte, kam ja auch für Nühl. Ist sowas bei dir auch geplant? Bisher nicht, aber die Anfragen häufen sich und wenn das noch weiter so geht und die Leute danach fragen, dann werden wir das sicherlich auch machen. Bloß bisher, man muss auch ein bisschen abwägen, weil wir haben auch echt verdammt viel um die Ohren momentan, ob sich das lohnt jetzt da in diesem Bereich noch reinzugehen bei meinem Album, aber prinzipiell spricht nichts dagegen. Also fragt einfach mal weiter an, macht Druck, wer Bock auf Vinyl hat so, ich würde es jetzt nicht verneinen, dass es Anima nicht auf Vinyl gibt. Ich meine, und ich persönlich noch so finde auch so, dass das Cover bietet sich halt echt cool für eine Platte an. War so mein Gedanke, wo ich das gesehen habe, da könnte man auch eine Vinyl draus machen, aber nur dem Kunstaspekt, deswegen so. Also fragt einfach weiter nach und die Möglichkeit besteht bei Abstrakt, was, soweit ich weiß, auch dann wegen der ganzen Nachfrage. Also Leute, Stress machen bei 5-8 Musik. Ja, jetzt ist 2013 ganz frisch, du startest direkt mit einem Monsterprojekt, mit einem neuen Album. Ich habe gehört, dass auch diverse Live-Auftritte, jetzt erstmal Lüdenscheid, vielleicht auch eine Release-Party, stimmt's? Ja, genau, also es kommt auf jeden Fall eine Menge. Was genau denn da alles so? Also hier auch nochmal der Aufruf, wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, wir suchen eh jemanden, also einen Booker, der Bock hat, Auftritte klar zu machen. Genau, am 9. März ist bei der Hoodstock Jam in Lüdenscheid die Release-Party von meinem Album, ist jetzt zwar schon nach Release, aber ich werde es dort performen. Ja, ansonsten haben wir auch noch ein paar andere Sachen in Aussicht, wo wir auftreten werden oder ich auftreten werde, muss aber noch in trockene Tücher gepackt werden. Genau, eben nochmal der Aufruf, dass halt, wenn jemand Bock hat, das zu übernehmen, weil es expandiert schon heftig bei 5-8 Music, dann wäre das cool. Also schreibt einfach auf die Homepage bei Interesse und dann werden hoffentlich auch ein paar Bookings folgen und ich bin auch heiß auf die Bühne. Und neue Projekte so im Studio, steht da schon was an? Ich darf ja nicht so viel verraten, aber natürlich, also wer mich kennt, der weiß, dass ich nur auf Mucke bin und deswegen so, ich arbeite fleißig weiter. Ich schreibe weiter fleißig und was jetzt da draus wird, weiß ich noch nicht genau, aber ich habe auf jeden Fall 2, 3 Projekte am Laufen und im Kopf auch noch ein paar andere Sachen. Aber dazu müssen noch die Hebel in Bewegung gesetzt werden, damit das funktionieren kann. Ja und ansonsten halt einfach weiter das gewohnte Exclusive-Inferno von mir. Da werde ich nicht aufhören. Tut mir leid. Also dann freue ich mich auf jeden Fall auf ganz, ganz vielen neuen Stoffern dir und wünsche dir ein wahnsinnig tolles Jahr 2013 mit allem, was du dir wünschst und dass 2013 eigentlich die neue 7 wird, wenn du es so willst. Also bin sehr gespannt, was da alles kommt. Wünsche dir persönlich und musikalisch nur das Beste und würde dir jetzt so zum Finale des Interviews einfach mal die letzten Worte überlassen. Okay, die typischen letzten Worte. Mein Album, mein Debütalbum Anima erscheint am 28.01.2013. Ist überall zu ordern, also am besten hier direkt bei uns auf der Seite www.58music.com, M-U-Z-I-K, das ist Musik geschrieben. Dann bei HHV, also Hip-Hop-Venyls. MC gibt's das und digital bei Amazon, iTunes, Musicload. Und ja, also falls ich jetzt was vergessen habe, Verzeihung, aber ich glaube nicht. Checkt das Album aus, lasst euch drauf ein, urteilt nicht zu schnell und vielleicht erreicht es ja den ein oder anderen zwischen all dem Schrott.